So, den Weizen packen wir wieder weg und ich denke, dann gehen wir mal ernten. Ich bin gerade am überlegen, ob es vielleicht sowas wie eine Sense gibt. Stone Hoe, genau. Ah, cool. Und mit Steel Hoe und Bronze Hoe und Mies Hoe und Diamond Hoe und Bronze Hoe... Bronze. Kriege ich Bronze nicht aus Kupfer? Ne, eigentlich ist Bronze was anderes. Bronze ist eigentlich Kupfer und Silber, nicht? So, das würde mich jetzt interessieren. Das ist Bronze. Und das ist ein Bronze Block. Alternate Stahl und Kupfer. Das sage ich doch. Stahl und Kupfer. Hey, du Mistvieh. Was machst denn du hier? Ich finde es nicht toll, dass du meinen Keller bevölkerst. Na, na. Ich möchte dich sehen. Ah. So. Das war natürlich dämlich. Was wir jetzt machen mit dem Holz, ist quasi einfach mal die Außenwände. Damit wir die zumindest schon mal haben. Dann können wir nämlich das restliche Glas einfach so setzen. So viel Glas brauchen wir ja auch nicht mehr. So, zack. Na, komm. Das war jetzt mehr als dämlich. Bam, bam. Bam. So. Da. 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 Und da. Und da. Puh. Verdammt. Okay. Ähm. Leiter habe ich wahrscheinlich gerade auch nicht dabei. Das heißt, es ist egal. Gut. Dann müssen wir hier eben wieder hoch. Und machen hier dann mit den Außenwänden weiter. Dann machen wir quasi hier weiter. Zack, zack. 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 Ah, da hatte ich ja auch noch gar keine gesetzt. Zack, 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 zack. Du kommst natürlich wieder weg. Zack, zack, zack und zack. Und dann kommst du da hin, da, da und da. Und dann sind wir schon wieder hier, hier, hier und hier. Schön. Dann haben wir eigentlich unsere Außenwände schon gezogen. Dann muss ich da auch gar nicht mehr groß viel machen. Das mit dem Glas reicht jetzt eigentlich auch locker. Zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack und zack. So, und dann ist natürlich die Frage, wo wir die Dachschräge machen. Also, was ich im Prinzip möchte, ist quasi eine Dachschräge setzen. Wo wir quasi... Moment, wie breit ist denn das? Hab ich da gerade eine Ratte gesehen? Nee, hab mich getäuscht. Okay. So, ich frage mich gerade, wie breit das ist. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Fünfzehn, das heißt, die Hälfte ist der achte Block von beiden Seiten. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und acht. So, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei und eins. Genau. So, also das hier ist das Eck im Endeffekt. Ich markiere das mal einfach. Bam. Und hier hinten ist es quasi... Der. Da wollte ich jetzt keinen Block hinsetzen. So, und dann machen wir uns mal eine Sense. Einfach, weil wir es können. Tuk, 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 tuk. Ich weiß, ich hätte noch Stäbchen unten gehabt. Ach, komm, die machen wir jetzt alle weg. Stäbchen können wir immer gebrauchen. Tak, tak. Und... Tak, tak. Tak, 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 tak. Äh, ich wusste doch schon, dass... Äh, ich hab doch so ein Ding schon. Da muss ich doch nichts machen. Fällt mir grad ein. Ich hab doch so Teile schon. Ähm, ich bin eher am überlegen, ob wir nicht da hinten dann noch einen Schuppen hinbauen. So einen kleinen. Einfach damit wir... Ähm... Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Einfach damit wir... Da langsam unser Anwesen vergrößern. So ein bisschen. Das ist auch a hoe. A hoe. A hoe. So, nein, dich wollte ich eigentlich da hinhaben. Bam. So. Dich hier. Dich da. Erde weg. So. Dann machen wir da noch eine hin. Einfach der Sicherheit halber. Das ist auch eine aus Stein, oder? Stein. Das Holz möchte ich da haben. Das ist auch eine aus Stein. Die brauche ich aber gerade nicht. Dann gehen wir mal sensen. A hoe ist eine Harke und keine Sense. Was ich hier eigentlich will, ist eine Sense. So. Okay. Da haben wir unseren goldenen Weizen. Okay. Es ist keine Sense. Was ich möchte, ist eine Sense. Gibt's sowas wie eine Sense? Lava Flan Egg. Mies Monster. Lava Orb. Okay. Da gibt's noch so ein Ding aus Holz. Aber es gibt nicht wirklich eine Sense. Nein. Okay. Das ist natürlich schade dann. Dann machen wir das halt so. So. Und dich. 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 Ich hab eh das Gefühl, die Dinge, die wachsen nur dann. Also die kriegen nur dann Prozess Priorität, wenn man selber in der Nähe ist. Man muss also in der Nähe irgendwelche Sachen machen, damit die Teile überhaupt wachsen. Sonst wachsen die nicht. Ich glaub, das war vorher. Das hat man vorher bei dem Rattenfleisch gesehen, das da so vor sich hingewachsen ist. Der Sand. Der ist erst quasi wirklich dann geschmolzen, wenn ich in der Nähe bin. Also. Nähe bedeutet irgendwie Radius von 100 Blöcken oder sowas. Also. Okay. Ich verliere da keine Samen aus Versehen. Das ist schon mal gut. Zack. Zack. Da ist alles in Ordnung. Da will ich noch einen hin haben. Da. Da. Und da. Also zumindest sieht das für mich eben so aus, als ob die Dinger erst dann, nur dann Prozess Priorität kriegen, wenn wir in der Nähe sind. Also das war ja vorher mit diesem Zeug, dass es einfach fluff jetzt plötzlich da ist. So. Wir können jetzt natürlich noch ein bisschen essen. Oder wir können es auch lassen. Es gibt schon wieder keine Schafe mehr hier. Ah, ich esse jetzt mal ein paar Äpfel. So. Zack. Und dann. Ich denke, machen wir uns mal eine Steinrüstung. Äh, Stein. Ah, wie ging denn Stiefel nochmal? So. Nee. Nee. Auch nicht. Okay. Keine Ahnung. Ich... Ah, Hose habe ich schon. Dann machen wir doch mal... Zack. Zack. Zack, tack. Ach, das geht mit... Das geht mit Dings gar nicht. Mit Stein. Ich kann sowas nicht aus Stein machen. Aber aus Holz könnte ich es machen. Genau. Zack. Ziehen wir das auch mal an. Ähm. Ich dachte... Nee, Erde wollte ich nicht. Ich dachte, ich müsste mir da auch prinzipiell ein Schild machen können. So. Haben wir ein Schild. Level 18. Wieso bin ich denn auf einmal Level 18? Ähm. Apropos. Wir könnten uns mal wieder Mehl machen. Mehl. Da. Alles. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. So. Meine Schildebene ist jetzt auch nicht so schlecht. Dann packen wir das Mehl mal in den Ofen und holen uns das Rattenfleisch. Die anderen Ratten, die können wir mal eigentlich in die Truhe packen. Oder vielleicht essen die ja uns unser Zeug weg. So. Die Sensen. Nee, die Sense, die Harke. Oh, ist die Harke natürlich. Was ist ein Sense eigentlich? Da habe ich auch noch Schwerter. So. Mit den Schwertern kann ich ja eigentlich irgendwelches Getier töten. So. Das Fleisch lasse ich mal, glaube ich, hier. Wieso gibt es denn hier jetzt eigentlich keine Schafe mehr? Irgendwie vermisse ich Schafe. So. Dann fällen wir mal ein paar Papyrusstangen. Und ich denke, dann gehen wir auch schon wieder auf die Jagd in irgendwelche Höhlen. Ihr wisst, da hinten gab es ja so tolle Dinger. Einfach wegen, wegen, weil wir ja auch wieder Dings brauchen. Wie heißt's? Ähm. Mach ich mir jetzt mal eine Schaufel. Ich denke ja. Mach mir vielleicht drei Schaufeln. Zack. Eins, zwei. Zwei. Und drei. So. Und dann tragen wir den Spaß hier mal ab. Das ist ja nicht so viel. Das kann ruhig weg. So. Schiele auf die Uhr. Ich finde es gerade total faszinierend, wie, wie, wie einfach das gerade für mich geht. Ähm. Zeit in Main-Test zu versenken. Also, ich muss schon sagen, das hätte ich nicht gedacht. Dass das einfach so irre viel Spaß macht. Boah, da vorne gibt's Äpfel. Da muss ich hin, da muss ich pflücken. Oder den Baum kennen. So, und wenn wir dann da hinten sind, dann können wir auch gleich in die Höhle da unten gehen. Es wird jetzt eh Nacht. Dann können wir da eigentlich losziehen und in der Höhle uns ein bisschen vergnügen. Und mal schauen, ob wir da was finden. Ich sollte natürlich mir noch Spitzhacken machen. Das machen wir dann, wenn wir den Sand hier weg haben. Also. Wenn wir den Sand hier weg haben, dann holen wir uns die Äpfel und dann gehen wir in die Höhle und dort machen wir uns Spitzhacken. Das klingt doch nach einem Plan, oder? So. Ja, ich weiß, ich mach dieses wunderschöne Sandthium ein bisschen kaputt, aber ganz ehrlich, hier vor der Hütte will ich ja eigentlich den Sand auch gar nicht haben. Also eh seltsam, dass ich da überhaupt meine Hütte hingebaut hab. Ich weiß, 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 ich weiß Vielen Dank.